Schneeflocke. Ja, könnte auch sein. Schön das Männchen noch reingemalt. Hammer! Hatten alle, ne? Ich versteh nicht, warum ich echt. Gibt's doch nicht. Ich bin immer nur letzter. Ich spiel nur mit Profis. Wir sind beide letzter. Stimmt! Streamer-Nachteil. Ellers Beosing ... Au, ja. Ah, Hä? Eh, da oben steht's jetzt ja. Oh Gott. Ich muss auch mal echt in den Chat reinschauen Irgendwie alle lost, sagt jemand Wieso lost? Vielleicht Bin immer noch letzter, shit Aber sowas von Abstand Ich hab's noch auf den 10 Top 10 ist mein Ziel Das ist ja auch gerade erst die erste Runde BÄM Ding, 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 ding Wow Wow Schnell Aber sehr geil gezeichnet Oh scheiße, ich bin dran Tja, was ihr nicht wisst Georgie shared sein Screen mit mir Lockerbleiben Viel Spaß Hallo? Mehr kann ich nicht machen Das muss schon klar sein Oh, ich hab aber mega viele Punkte bekommen ERA ISTREFIE hättest du noch malen können Was hätt ich malen können? ERA ISTREFIE Das war ein Hit Bonbon Ähm Ich hab Glück gehabt, dass es so ein leichteres Wort ist, ne? Pyramide passt nicht da rein Wir waren das Oh Gott Oh Gott, ich kann die Flanke nicht irgendwie feiern Oh nein, ich hab alles weggemacht Ich hab gar nichts Sorry, sorry Leute Wolfersackt Okay, komm Ah, Paris, Paris Scheiße, Paris Fuck, ich hab's nicht mehr geschafft Paris Oh, wie schlecht War das der Eiffelturm oder was sollte das sein? Das war der Eiffelturm Und dann wollte ich noch eine Flagge malen Aber dann hab ich's nicht geschafft Anständig auszumalen Oh Mann Georgie, wir sind so schlecht hier in diesem Spiel Du bist schlecht Ich korrigiere dich Du bist schlecht Äh, entschuldige mal Wer ist Zwölfter? Sag mal schnell Ich bin Achter Oh, du bist Achter? Ja, ja Ja, weil ich dir gerade geholfen hab Nein, nein Wie heißt das nochmal, der Chef? Ähm Ähm Schön gemalt aber Oh, wie heißt der Scheiß? Mir fällt's nicht ein Das ist zum Essen, oder? Zuckerstack Hab ich's noch geschafft? Ja 95 Ja, du hast noch 95 Punkte Erschweif geräumt Jetzt bist du wieder vorletzte Oh Mann Wir sind Oh Wir haben Don Berger hinter uns gelassen Georgie Ja, ich weiß, aber wenn das meine Elo wäre, würde ich das nehmen 275 Die lächerliche Punkte Geil, Wimpern Busen Ra-da-da-da-da-da-da-da-da-da Ja, gut Ja, gut Don, boh, nicht hinter mir Hauptsache, es bleibt hinter mir Hä, was ist das? Jawohl Ah, hier Simon Says Hat's direkt gewusst Vorhin Was soll denn das sein? Hm? Schielen? Ist doch klar Oh, meine Augen tun weh Leute, ich brauche hier So, Bobby Fischer Ja, ich gucke auch nicht in den Chat Die Leute machen das auch richtig in den Chat Aber ich will ja nicht Ich will ja nicht mogeln Eine österreichische Flasche Wo steht denn da? Heinz Ah Ja, gut gemacht Auf jeden Fall Ja, eigentlich darf man nicht mit Tomate, wie geil Sehr schön Ketchup Stark, der Bobby Ist das Bobby gewesen? Ja, ne? Ja Der FFF hat's nicht rausgefunden Guck mal, schon neunter Von hinten komme ich jetzt Ich bin immer noch letzter Ich verstehe das nicht Also ich bin schon wieder letzter Oh Mann Oh Mann, bin ich schlecht bei dem Spiel Ich verstehe es nicht Ich kann nicht um die Ecke denken Bäm Jetzt komme ich aber Ah, jetzt habe ich es Ich hole Donbohr ein Jawohl Man muss auch kleine Ziele haben Ja, klar Mein Ziel ist auch Ein Punkt weiter nach vorne zu rücken Ja, wie viele Punkte werde ich aber jetzt wohl aufgeholt haben auf Donbohr Das ist auch einer meiner Mods Ja, im Chat schreiben es auch alle Ich brauche euch nur noch im Chat zu gucken Ist eigentlich sehr gut gezeichnet Ja Wieso bin ich immer noch letzter? Hä? Das verstehe ich nicht Ich habe doch Donbohr Muss ich doch eingeholt haben jetzt So Zeichnet War es das schon oder kommt noch was? Ah Hä? Moment! Was denn? Münzgeld... Nee, Münzgeld... Bargeld! Oh, das ist aber schwierig. Schreibt man einfach Cash hin, oder? Darf man sowas? Nein. Witzig. Ich wollte letzte Woche AUA schreiben. Okay, ich bleib letzter. Mein Chat ist auf jeden Fall viel talentierter als ich. Ich denke genau so langsam wie beim Schach. Ja, ja, ja. Mein Stream hat 20 Sekunden Latenz, aber meine Zuschauer sind trotzdem immer schneller als ich. Also, das ist eher Traum. 5 Sekunden Latenz. Traum, wie er es gezeichnet hat. Einziger Traum. Ein Traum, wie schlecht ich bin. Ein Albtraum eher. Ich glaub das war's, oder? Wie lange spielen wir eigentlich? Wie lange läuft das? Ich hab aber erst einmal gezeichnet. So, Bobby. Fast 7000 Punkte schon. Er schreibt doch einen Tipp nach dem anderen. Wieso? Okay. Na gut gezeichnet. Muss man echt sagen. Könnte ich nicht besser. Selbst mit der doppelten Zeit. Mhm. Wer ist Zwölfter? Ich würde gerne mal zumindest eine Runde gewinnen. Einmal als schnellster Tipp. Verstehe. Wer ist denn Zwölfter hier? TBG erkennt Scheidung vor Ehemann. Ein Zeichen. Hä? Wieso sehe ich das? Guter Mann, Bobby. Verstehe ich nicht. Immerhin zweiter mal. Stark gezeichnet schon wieder. Also, richtige Künstler haben wir hier. Ah. Boah. Walter, ich bin sowas von abgeschlagen. Was? 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 Wundsenbrenner, oder? Oh Gott, ich war der Letzte Ich war sogar der Erste Oder der Zweite Ja, geil So, wer wird Letzter? TBG oder Chesamee? Nee, mega Vorsprung Spielt eigentlich Groß- und Kleinschreibung eine Rolle? Nee, ne? Hab' ich auch schon gefragt Wahrscheinlich nicht Boah, wie schon wieder Wie heißen die denn? Golfcard, oder? Ach, Golfwagen Autocard, Golfwagen Ja, das ist schwierig Ich bin dran, fuck Golfwagen macht man doch einfach ein VW-Zeichen, oder? Jawohl, sag' ich auch Ach so Ähm Ja, Georgie, da muss noch mehr kommen Ähm Ähm, okay, wie kann man das noch machen? Das ist wie? Ach, Windows Ah, okay Ja, viel zu schwierig Ja, viel zu schwierig Hätte das Logo machen müssen Wie ist das Logo von Windows nochmal? Weiß ich gar nicht Ja, mehr kann ich nicht machen Aber das hatten wir doch schon heute, oder nicht? Ich glaub' schon, ja Siehst du, die Wörter kommen wieder Nummer 12 ist auch raus Oh, schon vorbei Das war aber schnell Das Spiel ist weg, ne? Ja Ja, Georgie Herzlichen Glückwunsch an uns beide Letzter und Vorletzter Ich glaub' die spielen das häufiger Kann das sein, als die das bei anderen Streamern auch spielen ständig Das gibt's auch gar nicht, Leute Was ist der Link zum Joinen? Ja, Moment Es spielen immer nur 12 Leute, Mr. Mastermind Ähm Mehr geht nicht Sollen wir noch eine Runde Scribble spielen, oder? Oh Ähm, ja Ja